So, herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 in der Erweiterung Road zu Borderlands 3. Immer noch zusammen mit Agonize und Cywonex. In der letzten Folge haben wir komische Pflanzengenitalien gesammelt, herausgefunden, dass ein gewisser Doktor, dessen Namen ich vergessen habe, dieses Gift, was Leute in Pflanzenzombies verwandelt, für Hector hergestellt hat, im Glauben, dass Hector das für gute Zwecke verwendet, was auch immer der gute Zweck an diesem Ding gewesen sein könnte, Leute in Pflanzenmonster zu verwandeln. Aber lassen wir das mal so dahingestellt. Wir sollen uns jetzt mit Mordecai treffen, um zu Dr. Frankenstein vorzudringen und ihn zur Rede zu stellen. Warte mal, wir müssen da hoch. Ach, wir müssen da hin, wo wir... Was? Du willst den Goliath killen. Nein, meiner. Der ist despawned, ne? Nein, der ist hier. Alter, der hat voll die fette Waffe dabei. Holy shit. Oh, er ist schon tot. Jetzt sind alle schon tot. Autsch. Wer will das erste Spöck? Auf zu Mordecai. Shut the hell up. Ich hab dir mal die Schnellreise gegeben. Und mich selber festgebockt. Ah, nee. Good job. Nein, du bist fast tot. Oh, gar nicht. Ich hab 3000 Stück. Glück noch. Neue Flügel. Altes Bluber. Dead. Nein, Mordecai hat einen neuen Piepmatz. Einen neuen Wellensittich. Alter. Die hauen wir schon rein hier. Wo ist das? Wartet auf mich. Lol. Was war das? Nein. Das ist Talon. Ich bin so happy. Ich kann dir nicht gehen. Was ist Talon? Mordecai wurde von Pflanzenfreaks angegriffen? Kammerjäger. Folge Talon. Alter, hör auf dich. Alter. Ich bin mal im letzten Moment reviven und dann haust du ab. Pflaksack. Das ist es mir nicht wert. Da bin ich zu stolz für. Okay, wir sollen Talon folgen. Überbewertet. Ja, hier ist Talon. Talon. Tita-Tan. Wartend. So, wir müssen also da hoch, damit Talon uns jetzt wieder runterschickt. Ich habe immer noch nichts von Mordecai gehört. Folge Talon. Wir haben schon zu viel verloren. Talon. Wir dürfen Mordecai nicht verlieren. Er ist der beste Scout der Raiders. Wir haben von Anfang an zusammengekämpft. Will jemand einsteigen? Ja. Mordecai, Brick, Roland. Wir haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt. Wir haben zusammengekämpft. Deswegen haben wir so lange überlebt. Warum sind denn die Gläufe? Als Roland starb, half mir Mordecai durch düstere Zeiten. Hätte Jack nicht ohne ihn erledigen können. Tripswaders wäre nicht dasselbe ohne Mordecai. Fliegt Talon. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Werbe. Why are you kidding me? Äh, ich glaube Talon möchte, dass wir da reingehen. Oder? Äh, ich glaube wir sollen da rein. Äh, Binux. Ah, Mordecai. Er lebt ja doch noch. Wow. Okay, wer stand hinter mir? Er holt hier eigentlich immer die Last Hits. Wir beide waren es nicht. Meinst du? Ja. Komischerweise sind wir da ziemlich sicher. Oder? Ich wollte rückwärts gehen, als mir die Leute im Gesicht standen. Aber ihr standet hinter mir und dann kam ich nicht weg. Oh, ist schon ein hartes Los. Ja. Äußerst traurig. Irgendwie sind die Resistenz. Wie doof. Dagegen Feuer. Egenheitlich halte ich die ganze Zeit für einen Gegner. Gar nicht wahr. Sind alle gesleckt. Ich mach mich unsichtbar. Waa. Gegen was sind die denn nicht resistent? Weiß es nicht. Wow. Was ist das für ein Typ da oben? Los, wieder rein an den Speck. Vielen Dank. Ich bin auch gegen Explosionen resistent. Das sind die neuen Pandora Typen. Deswegen sind die so, so krass. Mordecai. No scope required. Oder Grenzenfeld war nötig. Yo, Kammerjäger, beeil mich. Ich stecke in der Klemme und brauche Hilfe. Oh, die Durchbrotigkeit. Der Kammerjäger kommt. Kammerjäger, hier ab und ab. Zeigen wir diesen Salatpumpen, wo die Drainers in der Lage sind. Ich bin mit dem Nahkampf in den einen Typen reingesprungen, hab ihn getötet und bin gleichzeitig gestorben. Sehr schön. Vielleicht auch ein Gläder ist. Hast du's? Und ich bin down. Nein. In deinem Bett, das hat irgendjemand anders gekillt. Nein. Das ist mein Kill. Schade, ich wollte jetzt eigentlich an der Station warten, bis hier neben mir spawnt. Also diese neue Pandora Typen sind nicht zu unterschätzen. Die sind ziemlich übel. Ich hab ihn nicht so schlecht. Das auch. Ist das laut gesagt? Nein, hast du nicht. Okay, gut. Warte, was? Oh, Mann. Geht's dir gut? Lilith. Wo kommen sie her? Ich hab mich erwischt. Verdammt. Mordecai ist infiziert. Das ist meine Schuld. Wir brauchen das Gegenmittel. Jetzt. Ich bringe ihn zurück ins Lager. Geh durch die Mine und such den Wissenschaftler. Okay. Ausgezeichnet. Ich erwarte gespannt eine Ankunft. Viel Glück bei der alten Darmine. Ich hab gehört, dass es dort spukt. Verflucht viel spukt. Keine Geister. Geister. Ist nicht in Zombiefilmen das immer so, dass man dem Typen, der infiziert ist, eine Kugel geben muss. Ja. Nein. Gehst du runter? Hilfe. Du stirbst nicht heute. Du stirbst jeden Tag. Toll, das ist ordentlich. Ja, deine Wache sparkelt. Ja. Was? Die hab ich über dieses VIP-Programm bekommen. Uh, was ist das? Das ist ein SMG. Und wenn ich sie werfe, also nachlade, dann macht die das da. Uh, fancy. Ja. Da hat auch was, was sparkelt haben. Finden wir bestimmt irgendwann. Nein. Turn back now. Ich glaube nicht. Ähm. Hier. Was sagt man dazu? Open the door. Fantastisch. Achtet ihr, ich würde meine Flanke dem Gegenangriff aussetzen. Das ist eine grundlegende Militärstrategie. Ich habe die Tür schon mit Tritonium verstärkt. Wir haben doch Kröpfe. 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 Der Typ ist ein Vier-Sterne-Arschloch. Aber er hat nicht... Der Frost-Arschloch. Nur Vier-Sterne? Kommt zurück zum Lager und wir finden eine Lösung. Wozu braucht man eine Approbation? Nein. Warte, ich habe auch gute Skins. Nein. Nein. Es ist rosa. Oh, und da ist Lilith hinten auf dem Auto drauf. Sparkly! Weg! Ich laufe gleich. Verwiss ich! Er wirst wahrscheinlich schneller sein, wenn du läufst, ehrlich gesagt. Ich bin Sparkly, Bitch. Geh, du wirst du. Der Sparkly-Skin ist echt geil. Also das muss man echt sagen. Die Dinger fahren sich wie so ein verdammter Panzer, ey. Die fahren sich wie ein Backstein. Genauso wendig. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass man immer in die Richtung fährt, wo man hinguckt. Von mir aus können wir Zeit, es ist Zeit! Vor allem zwei dumme Ein-Gedanke. Oh, warte! Ah, ne, ich bin gut. Psyronix nimmt zur Zeit keine Duell-Herausforderung an. Dein Glück! Dein Glück! Dein Glück! Dein Glück! Wieso? Das Fleisch wartet! Ah, Halleluja! Mann, 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 immer diese Ebtain! Die See! Seit wann bin ich weiblich? Schon immer! Oh, das wusste ich gar nicht. Warum hat mir das keiner gesagt? Hinten! Die See! Seit wann bin ich weiblich? Was? Was? Äh, sag mal, ist eigentlich einem von euch schon aufgefallen, dass da vorne die Hyperion-Raumstation liegt? Äh, wo? Hier! Du, App? Ja! Was? Habt ihr schon aufgefallen, dass da die Hyperion-Raumstation liegt? Boah! Achtung! Zur Wiederhandlung führt unmittelbar zu ihrem Ableven! Fuck you! Gib mir zehn Schritte weiter! Ich lass mir gar nichts von dir sagen! Pstst! Du bist nicht meine echte Maa! Ah, ja! Du bist nicht meine Barremutter! Fuck you! Nicht die Mama! Wir leben Mordecai wieder! Mordecai ist infiziert und Cassius könnte deine einzige Hoffnung auf Heilung sein! Weil wir Gott dir beistehen! Wir müssen das Tor irgendwie aufbrechen! Cassius ist unsere einzige Chance, Mordecai zu retten und Sanctuary zurückzuerobern! Britannium ist echt solides Zeug, Leil! Wir brauchen eine Höllenwaffe, denn was wir hier haben, wird nicht reichen! Yo, Lilith! Was ist mit der Helios Moonshot? Ich hoffe, du bist kein... Ja, das könnte funktionieren! Bandit, du hast eine Weile auf Helios gelebt! Denkst du, wir können die Moonshot-Kanone zum Laufen bringen? Oh ja, total! Aber nur damit du es weißt, um Helios von innen zu sehen, muss man erst durch... Die Burrows! Hab Spaß! Und stirb nicht! Okay, vergib dich zu den Burrows! Ich will nicht sein Vize-Kriegshäuptling sein! Ich will nicht sein Vize-Kriegshäuptling sein! Wenn wir an Cashew-Kerne denken! Das ist schon fast egal! Warn hat seinen kompletten Clan verloren! Mist! Aber du kannst ihm helfen, einen neuen zu bekommen! Anti-Mist! Kammerjäger! Könntest du mir bei einer Rekrutierungskampagne helfen? Also... Dieser Angriff hat meinen ganzen Clan, die Helios Hellions, getötet oder mutiert. Könntest du den Banditen in der Umgebung zeigen, dass wir die Besten sind, indem du feindliche Banditeneinführer abmurkst und ihr Gebiet beanspruchst? Sowas halt! Kein Ding machen wir! Wir machen alles für Geld! Was für ein Impulsion! Da waren ein paar harte Typen in der Crew! Aber hey! Das liegt in der Natur der Sache! Banditen leben! Bandit live! Hier gibt's nichts zu sehen! Moxie! Perfekter Winkel! Wenn du dran denkst, wie dieser Schatzkerl hackt und einmal die Drinksex läuft! Ich heul! Das ist der perfekte Winkel, in dem ich stehe! Zeit für eine ganz besondere Fahrt! Hallo Schätzchen! Ich hab etwas Wichtiges für dich! Falls du es noch nicht wusstest, mein Sohn Scooter, er... Er ist vor kurzem gestorben. Er starb so, wie ich ihn immer gesehen habe. Als Held! Ich habe mich verabschiedet, doch bevor wir Sanctuary verließen, habe ich ein Echo bei Scooters Sachen gefunden. Es war für dich, Kammerjäger! Warum ist er... Woran ist er gestorben? Kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Hey, Kammerjäger! Für den nur zu wahrscheinlichen Fall, dass ich von einem Dinosaurier, einer Riesenexplosion oder sowas geplättet wurde, ernenne ich dich hiermit zum Vollvollstrecker meines Testteraments! Oh mein lieber dummer Junge! Okay! Sammle als erstes meine besten Schmuddelheftchen für die Nachwelt ein! Sobald du sie alle gefunden hast, such bitte einen neuen Besitzer für sie! Ja? Tipps! Echt, die sind bestimmt total kostig! Bäh! Na und? Wir sind auf Pandora, du darfst hier nicht wählerisch sein! Muss nehmen, was man kriegen kann! Wobei ich dafür erstmal rausfinden müsste, was ich eigentlich bin! Ich schätze, du bist eine Maschine! Ja, also, ich meine jetzt im Spiel, ne? Ja, du bist eine Maschine! Ah, das meinten wir auch! Äh, hier ist noch irgendwas Questiges! Hier rein! Hallo! Huin, da rein! Der Typ hat ne Quest für uns! Ne! Der Typ ist tot! Ah! Ich nehm mal die Leiter, ne? Ah, ich hab Dr. Z gefunden! Was geht? Hypokritischer Eid! Dr. Z ist definitiv der Mann, der diesen armen mutierten Bastarde heilen kann! Ganz bestimmt! Ich hab einen kleinen Auftrag für dich, wenn du dir nicht zu fein bist! So wie ich das sehe, brauche ich keine obskure Approbation, um Leuten zu helfen! Und ich bin genau der Richtige, um diese mutierten Häufchen Elend wieder zu den Männern zu machen, die sie einst waren! Aber ich muss das Mutantengewebe erst studieren! Kannst du mir ein paar Brocken von diesen grünen Blutviechern bringen, gegen die du kämpfst? Dann kann ich die schneller heilen, als du sagen kannst! Hey, der Typ ist gar kein Arzt! Was sucht der in einem Kinderkrankenhaus? Unter uns gesagt habe ich auch meine eigenen Gründe für dieses kleine Projekt! Ich will diese Tennis beeindrucken, weißt du? Ich würde dich gerne mal die Petrischale polieren, wenn du verstehst! Oh Gott! Ich glaube nicht, dass er das möchte! Wo reisen wir hin? Dort müssen wir in den Ohr herrschen! Müssen wir nicht erst in das andere Gebiet zurück? Oder ist das andere Gebiet zurück? Das ist das andere Gebiet! Ich habe mich einen infizierten Soldaten zurück ins Lager gebracht! Mann, ich dachte, eure Idiotie könnte man schon gar nicht mehr überbieten! Aber du will erst mich eines besseren! Der bekommt, was er verdient! Konzentriere dich auf Helios! Möchtest du nicht ein Auto spawnen? Kann ich nicht! Kann ich nicht! Hm, ich würde aber sagen... In der nächsten Folge beschäftigen wir uns erstmal mit den ganzen Zusatzaufgaben, die wir bekommen haben! Und danach dann mit Mordecai zu helfen! Der hält das noch ein Weilchen aus, oder? Ja, ja! Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge! Ciao, ciao! Tschüss! Bye Bye! Bis zum nächsten Mal.